So sind wir am Bett, damit wir ein bisschen ruhen. Normaler Joghurt. Ich packe ein Banan an. Ich sehe die auch nicht mehr drin. Ich packe mal drei. Ich schaue das noch ein bisschen. Ein bisschen Honig. Ich sehe das auch sehr, dass es sehr gut ist. Es ist jetzt Zeit für mich zu vertrekken. Ich bin bereit für die erste Training. Ja, ich bin gerade bei der Training. Es war eine sehr schwierige Training. Es ist sehr intensiv. Ich habe hier ein Banat. Goeie Proteine, Goeie Proteine. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich mache ein bisschen Stretching und ein bisschen Oefeningen. Ich habe gerade gedoucht. Ich fühle mich jetzt sehr frisch. Ich werde ein bisschen douchen. Und dann ein bisschen schlafen. Ich bin echt moe. Ja, ich habe gerade gedoucht. Ich fühle mich jetzt sehr frisch. Und dann bin ich wieder wach. Ciao! Ja, ich habe sehr gut geslafen. Also, watch my moves. Ich tanse sehr frisch. Ich kann jetzt mal meine moves machen. Ja, ich bin jetzt lecker an zu koken. Ich bin jetzt bereit für meinen Jollof Rice. Ich bin jetzt bereit für den Jollof Rice. Ich bin jetzt bereit für den Jollof Rice. Ich werde jetzt schlafen für meinen Jollof Rice. Also, ich bin jetzt dabei auch ein bisschen auf dem TV zu gucken. Ein bisschen relax. Ja, beste supporters. Ich habe meine Tag mitgebracht. Mein Tag ist hierher auf. Es war toll für euch alle an zu verwenden. Ich werde jetzt sleepieren. Ich werde ein Buch für mich lezen. Und da sind Freunde, bleiben Sie stärker in diesen Zeiten. Und zusammen auf Wuren. Bis zum nächsten Mal.